Also auch wenn es hier in dem Raum alles andere als kühl ist, habe ich mich dann doch entschieden, lange Hosen anzuziehen, denn meine, ja, etwas mehr als normal beharrten Beine will ich euch nicht antun. Und ich würde sagen, wir kommen heute zu einem Thema, das mir eigentlich persönlich als Geek am meisten im Herz liegt, wovon man auf dem Kanal vielleicht gar nicht so viel mitkriegt. Und das sind Lautsprechertests, bei denen ich sagen muss, dass ich mich nicht Lautsprechertester nennen kann. Da muss ich ganz offen zugeben, habe ich versagt, denn außer, ich glaube, eine Handvoll Lautsprecher habe ich auf dem Kanal nicht getestet und heute wollte ich mal so erklären, wieso und auch noch ein paar Hintergründe eingehen, wie weit ich eigentlich schon mit Lautsprechern involviert bin, schon seit frühester Jugend und das jetzt mit YouTube leider gar nicht bei Weitem so ausleben könnte, wie es eventuell, ja, sich ermöglichen würde durch das ganze YouTube. Ich fange mal relativ früh an, zu Beginn der ganzen Zeit und das muss ich eben nochmal klarstellen. Denn ich habe mit Lautsprechern weit vor Kopfhörern angefangen. Also richtig Kopfhörer testen oder auch nutzen, habe ich eigentlich erst mit YouTube angefangen. Denn in der Zeit, sagen wir mal vor so 20 Jahren oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ich bin ja mit 37 nicht mehr der Jüngste, da habe ich schon noch In-Ears getragen, aber jetzt nie wirklich Over-Ear-Kopfhörer, weil die, ich weiß nicht aus welchem Grund vielleicht, weil damals die Walkmans nicht stark genug waren und ihr wisst ja, ich will sie mal laut genug haben, aber die klangen mir einfach zu dünn, das klang bei Weitem nicht so gut wie ein In-Ears. Also In-Ears trage ich eigentlich schon seit Ewigkeiten, seit es eben den Walkman gibt und dann eben über den Discman und so weiter und so fort. Aber Lautsprecher waren immer das, was mich gepackt hat. Und das hat natürlich durch den Einfluss über meinen Bruder zu tun, denn als der damals in die Lehre kam, hat er sich sein erstes, würde ich mal sagen, wirklich damals schon, aber auch sogar jetzt, so ist es gar nicht mal so schlecht. Die leben übrigens immer noch, das war ein paar Äxten Selbstbaulautsprecher, aber der Laden hat sie eigentlich schon gebaut, also ich kenne mich da nicht so aus, das ist für mich schon, da war ich noch zu jung, weil mein Bruder eben acht Jahre alt ist wie ich und er zahlte, glaube ich, damals 1000 Mark, das war viel, ist für viele jetzt noch viel und die waren auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Der Laden hat sie selber gebaut und da habe ich eben schon, wenn ich überlege, was ich sonst so gehört habe, über den Fernseher, Sound eben meistens und so weiter, dann mit einer richtig guten Stereoanlage, damals von Pioneer, JVC und so weiter und so fort, Sony. Da hat mich eben Musik schon also gepackt, also Musikfan war ich schon immer, auch eben beeinflusst durch meinen Bruder, aber durch Lautsprecher. Und dann irgendwie, als ich halt ein bisschen älter geworden bin, so mit zwölf oder so, da habe ich dann meine erste Anlage bekommen, wobei man das noch nicht Anlage nennen kann, das war eben von Creative eine 4.0 oder nein, es war sogar schon eine 4.1 Anlage, damals gab es noch keine Center, dann irgendwie auf das nächste Modell aufgerüstet, nachdem man sich ein bisschen Taschengeld zusammengespart hat auf eine 5.1 von Creative und dann ging das, glaube ich, noch ein, zwei Generationen und so weiter in der Art, also mit PC-Lautsprayern hauptsächlich, weil ich nichts persönlich hatte, an was ich es hätte anschließen können, wie jetzt so eine Stereoanlage. Dann allerdings irgendwann so, als ich dann eben in eine eigene Wohnung gezogen bin und so weiter, dann muss ich halt sagen, dann hatte ich eben den Platz, dann hatte ich über die Lehre eben auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung und wie ihr das wahrscheinlich alle kennt, wenn man sich vom Alter weiterentwickelt, eben erwachsener wird, das Geld bekommt, dann steigen nicht nur die Ansprüche, sondern eben auch das Interesse wird mehr geweckt. Und ich muss halt sagen, gerade zu der Zeit war ich extrem viel auf Foren unterwegs, also HiFi-Forum, da war ich ein Stammnutzer, da war ich permanent unterwegs, habe mich reingelesen, alles Mögliche und ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, was für Lautsprecher ich schon alles hatte, das war schon eine ganze Menge, wenn man in Anbetracht bezieht, dass ich die letzten 6-7 Jahre eigentlich gar nichts mehr durchgetestet habe. Also damals, nach diesen ganzen PC-Lautsprecherversuchen und so weiter, ging es dann eben los, das erste wirklich noble Paar, das ich mir dann selbst gekauft habe, das waren die Monitor Audio R8, die Gold R8, also wer die kennt, in Rosengold, sahen super geil aus, hatten damals super Klang und so weiter, dann bin ich auf die GS-20 Serie von Monitor Audio aufgestiegen, die hat mir dann nicht so gefallen, dann zum Beispiel habe ich die GS-60 auch noch bekommen, relativ günstig damals, absolut super Ding. Dann von den GS-60 aufgestiegen, glaube ich, auf die Swans F2.2 und da muss ich eben schon kurz zu einem Punkt kommen, zu dem ich auch noch bei dem Test hier zu sprechen komme werde, allerdings kann ich das hier ein bisschen weiter ausarten. Damals habe ich mich vom Aussehen ein bisschen blenden lassen, aber natürlich auch aufgrund der Tests, die ich gesehen habe. Und die Swans F2.2, wer sie kennt, ich habe vielleicht schon im anderen Video darüber geredet, wobei das jetzt einfach schon eine Weile her ist, deswegen denke ich mal, kann ich das auffrischen und da ich viele neue Zuschauer seitdem bekommen habe, könnte das für die interessant sein, denn die sahen super genial aus. Die gab es damals in der Rosenholzausführung, die gab es aber auch in einer Ausführung für, also in Klavierlack schwarz und ich habe sie über Ebay relativ günstig ersteigert in schwarz. Die Dinger waren mein Traum vom Aussehen. Hatten gute Wertungen bekommen, jetzt nicht die allerbesten, aber wenn man sich so die Klangbeschreibungen durchliest, klangen die Teile absolut spektakulär, dann hatte ich sie hier. War erstmals natürlich geblendet vom Hammer Design. Nein, das mir immer noch persönlich, also zeitlos erscheint und wirklich super genial, aber die Dinger von Anfang an, und das wollte ich mir anfangs selbst nicht ganz eingestehen, Klang nicht bei Ansatzweise, so gut wie meine GS60 von Monitor Audio damals und dann dachte ich mir, ja, die müssen einspielen, dann dachte ich nach einer Weile eben, also ich habe schon von Anfang an klar gemerkt, die gefallen mir klanglich nicht wirklich, wie sie sollten. Da habe ich dann vielen anderen Dingen den Raum in die Schuld gegeben, dem Raum zum Beispiel, wie ich schon gerade falsch versprochen, falsch versprochen gibt es auch, denn ich habe da noch ein bisschen mehr Raumakustik gemacht. Okay, allzu viel kann ich einfach nicht machen, weil es eben trotzdem noch ein Wohnzimmer ist, aber in den Maßen und alle anderen Lautsprecher da drin klangen ja auch schon gut. Dann habe ich gedacht, okay, die Dinger brauchen wir, weil sie einfach so riesig sind, mehr Power. Dann habe ich mir damals extrem sündhaft teure Endstufen gekauft, noch dazwischen geschlossen. Das hat dann im Klang wirklich minimal nur Sachen verändert, aber nicht wirklich den Klang gebracht, den ich wollte. Also dann nach knapp einem Jahr musste ich mir eingestehen, ich werde mit den Dingern nicht glücklich. Die sehen zwar super schön aus und jeder, der ins Zimmer kommt, das ist der Blickfang. Jeder sagt erstmal, wow, was ist das? Und dann muss ich jedes Mal halt sagen, leider klingen sie halt nicht so gut. Also sie klangen nicht schlecht, aber da hat der Bass untenrum gefehlt, da war kein Raumklang, die Auflösung, die klangen einfach auch leblos und nicht gut. Hab sie dann zum Glück nach einem Jahr nahezu komplett ohne Verlust, also ich glaube mit nahezu dem gleichen Preis wieder verkaufen können, das war dann okay. Und in der Zeit hat es aber auch angefangen, weil ich war dann damals schon in einer recht hohen Liga. Die haben, glaube ich, Paarpreis gehabt von 5000 Euro, neu. Und ich wollte halt auf jeden Fall immer eben ein Level höher, das hat man ja damals schon gesehen. R8, GS20 ist eine Stufe höher, GS60 ist eine Stufe höher. Dazwischen hatte ich dann auch nochmal irgendwann, ich weiß jetzt nicht genau wann, noch eine Fokal mit den, glaube ich, 626 oder den 828, also ganz genau kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Also diese großen Fokal-Stereo-Lautsprecher, auch die waren echt gut. Aber dann dachte ich mir irgendwie, ich will so eine Art Endgame. Ich habe das Hobby jetzt schon lang genug betrieben, war ungefähr wie alt, ich würde mal so sagen knapp 25, als das Ganze eben ein bisschen am höheren Level war. Ich habe mit kurz nach 20 wahrscheinlich schon angefangen, ständig Lautsprecher zu testen, also zu kaufen, anzuhören, ein Jahr zu nutzen, nahezu ohne Verlust zu verkaufen und so weiter. Aber dann war eben das Level, da dachte ich mir, jetzt habe ich mir genug angespart, war dann hier in diesem Haus in meiner eigenen Wohnung und da dachte ich mir, jetzt will ich mir ein richtig gutes Heimkino einrichten, natürlich mit Fokus auf Musik, weil mir das immer noch wichtiger ist, weil für Filme, denke ich mal, ist der Anspruch bei mir nicht, also ich sehe das persönlich so, für Filme würde ich die Anlage komplett anders konzipieren, denn meine derzeitige Anlage besteht eben aus, normalerweise sind das meine Rear-Lautsprecher, meine hinteren. Vielleicht hat jemand ja schon die anderen gesehen, eine Frontleutsprecher und den Center und das funktioniert mehr als problemlos gut für Filme, aber es ist eben auf Musik ausgelegt gewesen und die Sache ist einfach so, würde ich es für Filme auslegen, dann hätte ich zum Beispiel auch meinen Subwoofer nicht verkauft, meinen Nubert AW 1500, von dem ich mega begeistert war. Das Ding, vor allem so wie es im Raum stand, klang absolut mega wahnsinnig und Filme damals auch noch, als ich meinen, mit der alten Couch, weil ich den noch nutzen konnte, meinen Buttkicker hatte, das war ein spektakuläres Erlebnis, aber Musik war immer mein Vordergrund und es ist meiner Meinung nach schwerer eben filigranen Sound zu bekommen, der einem persönlich eben gefällt und da bin ich nicht so neutral veranlagt oder ja, da habe ich nicht so neutrale Vorzüge, wie jetzt zum Beispiel bei Kopfhörern, da habe ich es eben gerne im Raum ein bisschen wärmer und voller, also Raumklang ist mir wichtig, dass der ganze Raum mit Klang gefüllt ist, leicht schön warm, allerdings will ich auch nicht die Details vermissen, will da aber nicht ganz so die Höhenbrillanz wie jetzt zum Beispiel bei Kopfhörern, weil das dann bei den Lautstärken, die ich hier fahre, dann doch ein bisschen anstrengend wird und deswegen habe ich mir eben Selbstbau-Lautsprecher gemacht, machen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe extrem viel gelesen, war dann auf Selbstbaumessen, war dann bei Udo, Nachname fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber der Selbstbausprecher-Guru kennt ihn ja, er ist als Selbstbau-Jesus oder so bekannt, da habe ich mir dann eben die gebaut, also die kamen danach, das sind die Doppel-7 auf Basis eben von den ADWs und dann die Mido 2 und als Center eben ein Duetta Center und das war Musikklang nicht genau das, was ich damals wollte, ein schöner, voller, warmer, kraftvoller Klang, bin ich auch immer noch zufrieden, die habe ich jetzt mittlerweile und da sieht man eben schon, dass einmal investiert und dass eben richtig sich das auf jahrelang auszahlt, denn ich habe die schon seit, und das ist das Blöde bei diesem Mic, das verrutscht leider immer ein bisschen, die habe ich jetzt schon seit, ja, fast 10 Jahren, ich denke mal, es geht an die 10 Jahre, Chassis sind noch gut, weil ich muss auch sagen, seit YouTube, in den letzten, sage ich mal so 4 Jahren, habe ich das Ding kaum benutzt, weil vor, also als ich YouTube noch nicht ganz so intensiv gemacht habe, die ersten 2 Jahre habe ich die Anlage extrem viel genutzt, eben auch mit dem Beamer, eben auch für Filme, eben auch für Musik, eben auch für permanent alles und da war meine Stromrechnung bei knapp dem Doppelten, bei dem sie jetzt ist, also davon wisst ihr schon mal, wie viel das ist, denn das einzuschränken, die letzten paar Jahre, wo mein Beamer kaum noch lief, jetzt vor kurzem mal wieder aktiviert, jetzt eben oben der PC und so weiter, das sieht schon ein, also da ist eben dieses erste große Hobby vor YouTube komplett auf der Strecke geblieben. Dann habe ich irgendwann eben, ich glaube vor knapp 2 Jahren mal gesagt, jetzt möchte ich mal wieder Lautsprecher testen, hat sich allerdings hauptsächlich ergeben dadurch, dass Nubart eben über eine Presseagentur gefragt hat, ob ich eben den ihren Soundbar testen werde, also ich rede jetzt nicht von diesen kümmerlichen kleinen Soundbars, ich rede von einem richtigen, eigentlich schon flachgelegten Standlautsprecher, also das Ding war glaube ich 1,50, könnte aber auch 1,30 gewesen sein, ich glaube aber es war eher 1,50. Breit wog viel, sage ich mal einfach so, hatte einen Megaklang und das Ding hat eben so wieder meinen Reiz gepackt, gerade weil ich damals getestet habe, habe ich das getestet, hat mich super begeistert, dann habe ich mir irgendwann danach die A500 und A600 Serie geholt von Nubart, klang ja noch wahnsinnig gut. Ich hatte in der Zwischenzeit dann auch die Möglichkeit mal, also die Nubart Hauptzentrale, da die ja in Schwäbisch gewinnt ist, was von hier so eine knappe Autostunde entfernt ist, das zu sehen und Nubart war zum Beispiel auch immer eigentlich der erste Hersteller, der total da wirklich locker hinging, also mir angeboten hat, die zu testen und ich muss sagen, ich bin echt der mieseste Tester, glaube ich, in der Hinsicht, denn die A500 und A600 hatte ich damals, glaube ich, schon knapp über ein halbes Jahr. Ich habe die jetzt schon, glaube ich, seit, ich gehe an die neun Monate, ich glaube, ich bin sogar schon drüber, nein, nicht die, ich zeige mich auf die falschen, die hier, da sind die, die Nubarts. Und Tests zu denen werde ich wahrscheinlich jetzt endlich mal danach drehen, sind übrigens die Box, also die Nubox 483. Und ich wollte euch ja eigentlich sagen, wieso ich nicht wirklich viele Tests gemacht habe. Okay, das liegt daran. Ich habe, wie schon gesagt, nur eine Handvoll getestet, das war die A500, A600 Serie, dann die Soundbox, dann habe ich von Teufel die Ultima getestet und dann noch die Stereo M oder wie sie hießen, dann noch, glaube ich, die Cambridge Audio, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie die hießen, also knapp über eine Handvoll Lautsprecher. Und damals habe ich auch schon gesagt in dem Video, ich weiß nicht genau, was ihr hören wollt und hin, aber auf das Ganze möchte ich jetzt nicht ein. Das Problem ist, ich sehe das jetzt definitiv als totale Ausrede. Das Ding, ich glaube, der Klang könnte mehrfach total daneben gehen bei euch, weil das ist das Blöde bei diesem Mikro, dass ich mir extra eigentlich für sowas gekauft habe, weil vorher hatte ich eben mein Love Mic mit einem extrem langen Kabel oder mit dem Zoom und jetzt habe ich mir extra dieses Wireless Love Mic gekauft, aber das klappt irgendwie immer um. Also eventuell habt ihr teilweise gar keinen gescheiten Sound gehabt. Also ich muss noch eine bessere Möglichkeit finden, das anzubringen, aber so wie es ist, ist es gerade. Und wozu wollte ich eigentlich kommen? Ja, die Ausrede. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich habe Angst vor Lautsprechertests, weil nach den ersten 1, 2 ist mir eben aufgefallen, dass die anvisierte Zuschauerschicht extrem brutal sein kann. Also nicht, dass sie mir jetzt allzu negativ waren, aber sie waren eben real brutal. Also viele meinten, Raumakustik musst du mit einbeziehen und das und das und das, hin und her, Raumoptimierung. Das ist mir alles klar. Aber wie ihr schon singt, ist da nicht viel passiert. Also ich habe Pläne gehabt, wie ich da jetzt, also Bass, also da den Bass in der Ecke verbessere, wie ich hinten, ist alles nicht wirklich passiert, weil das eben so eine Sache war. Ich habe, obwohl ich eigentlich sogar sagen muss, dass die ganzen Lautsprechervideos, die paar, die ich hatte, gar nicht mal so schlecht angekommen sind. Also von den Views war das, weil es wahrscheinlich eine Nische ist, weil es aus einer Nische ist und die allerdings klein ist und für die allerdings auch nicht wirklich viel gibt auf YouTube, hat es dann doch eine Zuschauerschicht gefunden. Und sie war, wie soll ich sagen, überwiegend positiv. Natürlich sind immer ein paar Mecker da, diese Mega-Audiophilen, wovon ich ja nicht so der Fan bin. Deswegen hatte ich auch so ein Problem. Deswegen habe ich auch noch keine High-End-Lautsprecher getestet, weil ich genau Angst vor diesen Audiophilen habe. Denn ich habe auf schon so vielen Messen Leute gesehen, die eben, das wirkt für mich so snobbish. Auch damals jemand, der hat ein 2000-Euro-Kopfhörer getestet und dann saß er da und dann, ah, der Vorgänger hat da und da, das ist halt absolut nicht mein Ding. Ich denke mal, das merkt man in der ganzen relativ rohen Art und auch die Präsentation eben. Das ist so eine Sache bei diesen Lautsprecher-Tests. Ich habe mal ein paar Lautsprecher-Tests im Internet gesehen. Meine Präsentation ist mega, ich will nicht sagen trocken und langweilig, weil das ist meine Art, wo es eigentlich nicht so hergibt. Aber das Ganze, also ihr seht es hier, kein Kameraschnitt, kein gar nichts. Okay, wenn ich dann die Lautsprecher zeige, zeige ich es ja zumindest. Aber es gibt keine Kamera von, kein gar nichts. Ich glaube jetzt, die meisten Lautsprecher-Zuschauer brauchen das nicht so unbedingt. Speziell die, die meinen Content angucken, wissen, sowieso hast du das nicht damit errechnen können. Wobei ich dann wiederum glaube, dass meine typischen Zuschauer, die eben Smartphone-Tests und so weiter ansehen, vielleicht ab und zu mal TWS oder Kopfhörer, dass die sowieso nicht an sowas interessiert sind. Und die, die an sowas interessiert sind, diese Hardcore-Lautsprecher-Fans, ich glaube, die brauchen nicht so viel Präsentation. Wobei ich dann auch sagen muss, die Art und Weise, wie ich Lautsprecher beschreibe, ist ein bisschen zu wenig Aussagen im Vergleich. Denn bei Kopfhörern geht das, weil das in so einer Klasse ist, da geht es um 1, 200 Euro. Aber hier kann es halt schnell mal in die paar tausend Euro reingehen. Klar, müssen wir erstmal nicht drüber reden. Aber ihr müsst eben hier Dinge mit einbeziehen, weil das noch einen deutlich größeren Faktor hat, wie zum Beispiel jetzt ein Verstärker, Raumklang, Raumoptimierung. Das sind die ganzen Sachen, die mir klar sind. Und weil das eben nicht wirklich vorangeschritten ist bei mir jetzt bei dem Testen, habe ich immer so ein bisschen Probleme gehabt, mich zu überwinden. Wobei ich eigentlich sagen müsste, das Problem ist, dass ich viel zu viel Wert lege darauf, was ich denke, was andere sagen werden. Normalerweise sollte ich die Tests machen. Wenn ich damit zufrieden bin, wenn ich denke, ich habe die Information rübergebracht, die ich rüberbringen wollte, dann sollte ich mit dem Endergebnis eigentlich zufrieden sein. Wenn es dann anderen Leuten nicht passt, dann ist das denen ihre Sache. Was ich mir nach sechs Jahren eigentlich so denken müsste, aber nicht mache. Und das ist eben das Traurige. Nach sechs Jahren habe ich Angst, Tests zu machen. Weil es gibt natürlich Tests, bei denen bin ich eben, weil ich einfach die Routine nicht habe, ein bisschen vorsichtiger, da ziehe ich die Sache ein bisschen weiter raus, wie jetzt bei ein paar anderen Tests, die eben kein Kopfhörertest sind, die eben kein Handy-Test sind, kein Tablet, kein Laptop und so weiter. Wie jetzt zum Beispiel sowas oder eine Soundbauen, ähnliches. Und ja, diese Überwindung fehlt mir. Ich versuche es jetzt, also ich habe mich heute mal wieder hier hingestellt. Denn das Problem ist auch das, eine Weile war eben auch die Hürde. Ich hatte keine vernünftige Kamera, die da so gut mit funktioniert hat, hier in dem Setup. Die Lichter habe ich dann jetzt hingestellt. Jetzt habe ich mir dieses Wireless-Mikro gekauft. Aber ich glaube, es hat auch teilweise zum Beispiel, da gab es einen recht harten Kommentar. Da hieß es eben, weil ich gesagt habe, ich kriege das nicht so professionell hin, wie Leute eben gerne Lautsprecher-Tests hätten. Und dann habe ich mir in einem Test, das war glaube ich bei dem Teufel, habe ich mich in die Mitte zwischen den Lautsprecher gesetzt und sagte dann, ja, machen wir das Ganze locker und hatte einen ganz normalen Jogging, also Sweatpants an. Und dann meinte der so, ja, ganz typisch, klar, dass der Test nicht so, hockt da einfach so mega leger in einem Jogging und versucht hier Lautsprecher zu erklären. Und das ist eben das, was ich meinte. Diese Snobbischen, diese Leute, die eben gehobenen Alters sind, muss nicht mal gehobenes Alter sein, ab 30 und so weiter. Und eben vielleicht, ja, anspruchsvollere Jobs haben, eben Bürojobs und denken, ich habe das Geld, ich kaufe mir Lautsprecher und die dann so arrogant reagieren. Ja, natürlich ein weiterer Punkt kommt noch dazu, dass ich nicht wirklich viel Zugriff auf Lautsprecher habe. Also im Prinzip habe ich momentan Zugriff auf Teufel, auf Nubert. Auf das beschränkt es sich bis jetzt. Denn ich wollte damals eben, bevor ich andere Lautsprecherhersteller anschreibe, wollte ich ihnen so ein bisschen Portfolio an Lautsprecher-Tests anbieten, damit die sehen können, was da ist, womit sie rechnen könnten, dass sie überhaupt eine Chance bekommen. Denn damals hätte ich auch zum Beispiel noch die Chance gehabt, also von Magnat was zu testen, auch von Heco. Das wären schon mal zwei Marken, die eigentlich auch relativ populär sind. Das wäre bestimmt auch nicht schlecht gewesen. Das hat sich mittlerweile eben im Sand verletzt, weil die Presseagentur die Marken nicht mehr übernimmt. Aber man muss irgendwo anfangen. Und ich denke mal, das ist das ganze Dilemma, das man bei YouTube einfach hat. Wenn man was Neues machen will, wie Lautsprecher-Tests, was mir ja am Herzen liegt, wobei ich dann aber auch sagen muss, ich habe auch nicht wirklich so die Zeit, Lautsprecher zu testen, wie jetzt Kopfhörer. Kopfhörer kann ich oft bei der Arbeit testen. Also jetzt nicht die Over-Ears, aber die teste ich dann, wenn ich eben ein Video mache in der Nebenzeit und so weiter. Aber hier muss ich eben extra in das Zimmer gehen. Die Anlage muss das anschließen. Das ist auch vom Logistischen her deutlich schwerer, weil die Dinger eben in riesen Boxen kommen und so weiter. Dann, wenn ich das endlich mal getestet hätte, meine Meinungen soweit zusammen habe, muss ich hier das ganze Zimmer umräumen, damit ich da die Kamera aufstellen kann. Das mit dem Mikro hat sich jetzt erledigt, mit dem Licht, das geht auch. Und die Qualität vom Bild hier geht ja. Ist auch vom Ton eigentlich alles okay. Und jetzt fehlt es mir eigentlich nur noch an diesem bisschen so an Überwindung, was man eben bei YouTube braucht. Man muss, wenn man etwas Neues anfangen will, einfach anfangen und dann einfach weitermachen. Erstmal ignorieren. Man kann natürlich Input aufnehmen von anderen Leuten, was die einem vorschlagen. Das könntest du besser machen, das könntest du besser machen. Aber man muss erstmal seinen Weg gehen. Erstmal was probieren und dann eben in den Kinderschuhen das Ganze mal ein bisschen zum Laufen bringen. Und natürlich mit dem Input, den man bekommt, vielleicht ein paar kleine Dinge optimieren. Wobei ich ja relativ, ich sag mal, Kritik, resistent ist nicht das richtige Wort. Denn ich reagiere da fast schon ein bisschen, ja, kontra. Denn wenn mir jemand was sagt, das und das gefällt mir nicht, so ändere das. Dann sage ich gleich, nein, ich ändere nichts. Das ist eben so eine Sache. Im bestimmten Ding, weil das Problem ist einfach, ich habe meine Art, gerade YouTube zu machen. Gerade Videos wie das hier, das einfach nur mit mir vor der Kamera ist. Einfach nur labernd. Ja, aber das will ich nicht wirklich ändern. Sondern ich habe einfach keine Lust, das ist für mich nichts, was für viele YouTuber eben Spaß macht, B-Roll aufzunehmen. Ihr glaubt, ihr wisst, was ihr meint. Ich möchte das Video nicht noch unnötig länger machen. Ich bin auf Dinge eingegangen, über die ich gar nicht reden wollte. Das war so nicht geplant. Hauptgrund dieses Videos war einfach nochmal jetzt das ganze Setup aufzubauen. Und euch kurz nochmal, jetzt, wo ich eben einen Test mache, über die Newbox 83, das Ganze nochmal zu erklären, das Ganze aufzufrischen. Was ich ja wahrscheinlich vor knapp zwei Jahren schon mal gemacht habe. Und ja, der ganze Rest muss ich jetzt ergeben. Denn wie schon gesagt, so schlecht kamen die Tests ja gar nicht an. Und auch wenn sie nicht so gut ankommen, spielt das wirklich eine Rolle. Aber ja, ja, okay, sorry. Wieder mal unnötig langes Labervideo. Aber ich musste die Sache wahrscheinlich einfach für mich mal ein bisschen irgendwie durchkauen, um diese Überwindung, diese Motivation zu finden. Ja, okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.